Und damit herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Dalluka, Sachse, TauTau und Early. Gehste. Hallo. Girly Boy. Girly Boy. Girly Boy. Macht was ein... Early Boy kann. Kann? Kann, ja. Läuft an der Decke? Kann da nicht. Irgendwie so war das doch, oder? Girly Boy. Girly Boy. Girly Boy. In Englisch hört sich das viel geiler an. Ja. Und sonst so? So, jetzt geht's los hier. Bis jetzt habe ich keine... Also das ist jetzt die letzte Aufnahme für die erste Woche nach dem Update. Ich habe keine Erinnerung gemerkt. Hä? Hast du den krassen Netcode nicht gemerkt? Hat sich noch... Bis dahin hat sich noch nichts getan. Ne, hat sich auch nicht. Außer die Smokes halt, die geändert sind. Also die geswitcht wurden von den Operatoren. Und das mehr ist mehr Rückschluss eigentlich. Aber ich habe Thermal gespielt, der hat die noch. Ähm. Hast du bei Glacers gemerkt, Ado? Äh, lustigerweise nein. Was soll denn eigentlich gewesen sein? Ne, der hat mehr Rückschluss. Ja okay, Rückschluss hast du ja als professioneller Spieler sowieso nicht, ja. Von daher habe ich dann nichts gemerkt. Aber was soll denn... Was für einen Rückschluss willst du mehr haben? Du schießt ja nur einmal. Ist ja kein Maschinengewehr. Ja wirklich. Ja, es ist für die Dauerfeuerkriegs-Spiele, wo es es angeblich gibt. Außer dann kommt da noch eine DM-Air-Bank rein. Ah, da bereitet schon jemand vor für Spawn-Kill. Ich will, dass einfach eine Counter-Strike AWP reinkommt. Das wäre geil. Äh, ne. Doch. Wieso hast du das schon, wenn du Headshots machst? Ohne Scheiße. Wenn wir einen Headshots machen. Ich bin grad voll gut mit der AWO unterwegs, du. Mit der wat? Mit der AWO, Meister. Mit der AWO bin ich voll gut unterwegs, Owen. Kapkan hat hier einen Drain angebracht. Voll auf Point. Wir sind irgendwo oben, oder? Ja, und die haben irgendwo auch schon vorbereitet für Spawn-Peaking. Ja, dann wollen wir gleich noch ohne CSGO. Nein. Wir haben auch einen Mute. Ja, das sind wir beim... Oh, ein 2L ist round. Der wollte eine Drohne kaputt schießen und hat einen Team-Attack gemacht. Ein bisschen beim, 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 beim... Billiard-Tischraum. Beim Billiard-Raum oder beim Billiard-Tischraum? Billiard-Tischraum. Also da wird nicht Billiard gespielt? Nö. Da wird nicht Billiard gespielt. Wir haben das nicht mehr gezielt gespottet, das Ziel. Weiß einer von euch irgendwie ansatzweise, wo das ist? Billiard-Tischraum. Ah. Nicht im Billiard-Raum. Boah, legt das gerade. Was war das denn? Er ist richtig low! Der Netcode ist gar nicht existent. Was für ein Netcode? Es ist noch einer low. Der ist da lang gelaufen, wo ich jetzt gepinkt hatte. Also da unten ist halt auf jeden Fall das objective. Daxi, jetzt mach doch mal hier den Boden auf. Ja. Ja. Habt ihr irgendwas gefüllt? Ja. Mach was. Ja. Leider gibt es hier keinen Boden zum Aufmachen. Daxi, mach doch mal auf jetzt. Ja, die ist entchämt. Spring rein, Alex. Ja warte, ist gleich nicht mehr getrimmt. Oh fuck. Bin schon hinterm Tresen, wo ich gestorben bin, müsste er stehen. Ja, steht hinterm Tresen. Ah, danke Alex. Ja, ziel da hin, Tautau. Wo du gerade hingezielt hast. Hier ist einer. Da ging die Tür auf. Hä? Da war doch gerade eben nur einer. Wo ist denn hin? Ah, die geile Mucke im Hintergrund. Voll die Dance-Party. Die ist nur übrigens zu hören, wenn die Map abends gespielt wird, ne? Ungelogen. Nur nachts. Nee, abends. Nachts ist das nicht. Vielleicht sind wir... Kann ja mal weg. Da wieder kommen da? Gut. Hm? Unten hockt wieder einer. Keine Ahnung wo. Fuck off ey. Vorsicht, Tautau. Wo ist es bei dir unten? Tautau. Wo unten? Keine Ahnung. Ich kenn die Map zu schlecht dafür. Da... So, ich hatte mich irgendwo erschossen. Da irgendwo. Ja. Ah, ich komm nicht zu meinem Umi. Der ist im... Rechts, Alex. Rechts, Alex. Der ist im Gangbereich. Da ist das Fenster wo du guckst, aber rechts. Noch weiter rechts? Du hättest auch die Tür aufmachen können, sagst du. Nee. Rechts ist ein Gegner. Rechts ist ein Gegner von dir. Dahinter, glaub ich. Genau, da in dem Hallway. Wo bist denn, sagst du? Ach, du bist ja gar nicht Montanje. Sagst du draus dem Hallway. Nee. Nee. Treppe. Ja, ist geil. Treppe, 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 Treppe. Bist du denn reingegangen? Ja, genau nach oben rein. Da, die Fenster. Es gibt nur ein Fenster. Hä? Hallo? Es gibt nur ein Dropper. Ah, vor dem Sachse. Hilf dem Sachse mal. Links Tür, links Tür, links, links, links. Ja. Links Tür und links Treppe. Äh, okay. Treppe. Wir kommen von der Treppe hoch. Ja, das hab ich gesehen. Aber wieso aimt der mich ab? Hä? Weil er gehört, hast du ein Fenster aufgemacht hast und weil der andere nur ein Schild hat? Oh schau doch mal, aber das hab ich meinen Kiln nicht mal gesehen von ihm. Dada. Schild musst du halt absolut nicht fokussen. Dann kann ja nichts machen. Ah ah. Doch flaschen. Was nicht funktioniert. Richtig? Ahh, Blitz macht absolut keinen Sinn. Also im Vergleich zu den anderen Schildklassers. einfach... crap. Krap. Krap Saune. Wann machen man jetzt. Ach komm. Nehmen wir aber den unbeliebtesten Charakteren Wieso? Weiß nicht Im Gear ist doch super Ich denke eher, dass einer der unbeliebtesten Boah, schwer zu sagen Also Bug ist zwar Bug ist zwar ein sehr guter Charakter Aber ich glaube, die wenigsten finden den cool Genauso wie Tachank Na gut, Tachanker Das ist der unbeliebteste Charakter Tachanker ist ein Trollpick, ganz einfach Der Lord ist ein Trollpick Wer den Lord spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren Unsere Westen sind wieder AFK Ja, sind sie Aber die anderen nicht nett sind Zu was da hinten? Ich habe überhaupt gar nicht mit dir geredet, letzte Minute Mann Au Early boy Und das ist ne extra klasse Das sind eigene Gendor-Formen Auf Facebook kannst du auch Early boy einfangen Der ist ja nix verstärkt, Jungs, was denn hier los? Bin grad dabei Ich glaub mein Schwein Pfeift Ist doch zu spät Um Mira-Fensters zu benach'n Ja, ne, das ist nochmal Ach, warum dann gibt's hier Double DP'n Ich mach jetzt einfach Doppel-Mira-Window Völlig random Mach super, Alex Das ist die neue Taktik Wartest du das? Nicht aufmachen, bitte nicht aufmachen Hab ne Twitch-Strone Dann nutz sie Zerstört Ach soo Schön Early Da war ein Gnäcki Sehr wichtig Wartest du? What the fuck? Fand ich gut Fand ich gut Fingerspottet Ja, hab ich weggemacht Ja, dann haben sie auch noch Die Mathe ist auch total kacke Da hätt man so schön Schild vorsetzen können Ach, da ganz hinten Die haben ein Glas, oder? Ja, die haben klebt Oh, das ist ja Leute Pass auf, die werden abgämt Sachse werden abgämt Vorsicht Ganz von ganz hinten Da sieht man ganz schlecht da draußen Die ist ganz hinten Irgendwo am Arsch der Welt Sachse, du sollst dich aufheben Danke, Sachse Nicht besteigen Links kommt was, Alex Bei mir Okay Hab ich Ach, den hast du ja locker weg LOL Was ein Hund Ey Da brennt er dich weg Ey, das war seine einzige Mission Er ist da reingerannt Und schießt mir den Pfeil da noch entgegen Guck mal, mich Riesel Auf jeden Fall Ah, kurze Fick, Sack, er merkt amal Ich war ja full drauf Auf den scheiß Osten Krippel Fenster Alex, rechts von mir Kann dir nicht helfen, leider Ich hab noch einen Oh Gott Das ist auch schon getriggert, sagst du? Einer ist draußen noch Das ist die Glatze Komm, zu mir, zu mir Na ja, ich geh ja in die Giftfolge Links, Dalu Links Danke Hinter diesen Steps Ja, bei der Muffel musst du durch die Stacheldraht gehen Was ist das für eine Diskokugel? Mit die Diskokugel Guck mal, du Guck mal, du Stattdruck Was ist das für eine? Das ist schon vorne Der ist doch vorne Guck mal, der ist doch noch Der ist auch da draußen, der letzte Glatze Das ist ja auch da draußen, glaube ich Wie ist das für eine gute Runde? Die Disco-Kugel hat mich voll abgelenkt hier. Jo fliegt. Hände in die Luft. So, jetzt machen wir das mal richtig hier mit den At-Hack. Hat-Hat. 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 Ich finde die Logos von den Klassen immer noch ziemlich cool. Das haben die echt nice gemacht. Alex, hast du bei Aishnodee Rauchgranaten zuhause gehabt? Keine Ahnung. Hab ich nicht drauf geachtet. Rauchgranaten. Die sind eh Kleinzeit und bringen wenig. Locate the Biohazard Container. Die bringen aber den Smoke ein bisschen Deckung. Nein. Doch. Jetzt bist du damit auf. Auf jeden Fall Mute. Nein. Küche. Oh ne, nicht Küche. Das ist der schlimmste Punkt, finde ich. Also der schlimmste Angräfer. Zum Rausschießen. Das wird lustig. Ihr habt eure Amantage. Wir könnten rein so das von oben angreifen. Die haben die Haupteingangszeiten... Nein! Nein! Die haben sie gecastled. Also der castlen macht das Subjective zu. By the way. Naja. Das ist nicht schlimm. Das Problem ist eher... Ach, das ist... Wir haben jetzt kein Ding dabei, gell? Was ist denn Ding? Thatcher. Einer ist oben. Ja, genau das, was ich formuliert habe. Die werden von oben deathen. Okay. Okay, hier kann man auch landen. Fuck. Na, die Map ist richtig variabel. Wir sind auf jeden Fall gespottetes Loch. Ich werde gespottet. Nicht mehr. Granate geht rein. Genau, unter mir. Unter mir ist er. Wer ist er? Irgend einer. Wahrscheinlich Jäger oder sowas war das. We move carefully. Kommen wir rein, Daniel? Ja, ich gehe als Sniper erstmal nicht rein. Puls ist oben. Mute meine ich, sorry. Hab ich einmal gehittet. Hab ihn gedaunt. Hab ihn gekillt. Oh, die beruhigende Musik. Hörst du die auch hier? Oh, schön. So. Da haben wir noch einen anderen da oben. Äh, dort hinten. Okay. Sachse, warte ich komme runter. Zwei Mann. Ja, warte Sachse. Ich komme runter. Äh, komm runter. Oh, oh. Genau an einem kaputten Fenster vorbei. Das war risky. Ist das wieder verstärkt und ich sehe es nicht? Ja. Wie immer. Okay, Sachse. Wie ist die Lage? Also, hier dahinter ist einer und dort ist einer, äh, da. Der ist aber wieder nach links weggegangen. Rechts irgendwas? Ja. Ich habe einen da gesehen. Okay. Warum sind wir noch hier? Ja, ja. Ich bin, ich bin grad... Er ist auf der Küchenzeile oben. Markier ihn mal jetzt. Ja. Ist wieder weg. Ist wieder links. Jetzt ist er wieder da unten. Denkt er nicht bewegen, ja? Jetzt hat er sich hingelegt. Ich bin im Hallway draußen. Den haben wir. Ja. Ich muss mich aber kurz... Halt C4. Ja. Ich geh weg. Ne. Wurde nicht geschmissen. Wurde abgebrochen. Das war oben drauf, oben drauf. Okay. Ich hab' einen, ich hab' einen, ich hab' einen objective. Ich bin ja nicht sicher, was in der Ecke hier noch ist. Das ist auf jeden Fall ein Mutes. Da ist auf jeden Fall nichts. Ach, okay. Weil ihr habt da aufgeschossen. Geh' mal rein, sagst du, oder? Alter, hast du mich angeschossen? Nein. Ist keiner drin. Ist keiner drin, okay. Ist keiner drin. Ich mach' die Tür hier zu. Ja. Haben wir. Gut. Und die andere ist eh zu. Ah, okay. Trau war aber noch aufpassen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich wollte sie. Ich hab' gewartet, bis sie die Tür einreißt. Wollte rausrennen aus dem Messer. Und ich steh' da auch hinter der Ecke. Rechts. Da. Und dann bin ich rausgerannt. Aber sie war zu weit weg. Hölle. Hinter dir war einer, ne? Auf dem Dach hast du's gesehen? Zivira war doch die Letzte. Nee, der hat doch angeschossen, oder? Zivira war doch die Letzte. Ach so. Hölle hat in der Camp gekämmt. Ich hab' die Campen gerade reingegangen. Mal gucken, wo die Letzten sind. Hölle. 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 Naja. Hast du das eigentlich gesehen? Hast du das irgendwie mitgekriegt? Also sieht man das, wenn man in der Camp ist? Was denn? Ich bin mal angeschritten. Ich bin angeschritten, ey. Du merkst dann, wenn du rausgehst, weil du auf dem Boden gehst. Mhm. Hat man nicht diese Hitmarker trotzdem? Nee, ne? Du stirbst, aber wächst jetzt halt direkt in die Kill-Animation. Okay. Wie hast du's da mitgekriegt, Early? Gar nicht. Okay. Der spinnt grad. Lass ihn in Ruhe haben. Ich wollte. Ja. Der spinnt mit seinem Mund. Müssen wir ja auch mal daraus auf der Zunge balancieren. Irgendwas hab ich gesehen. Es gibt ja schon Teppen, wo es da irgendwie Klingen und so ein Scheißzeug macht dann zu den Spin, oder? Ja klar. Ein bisschen Flex. Äh, Klingen zu den Spinner. Ach so. Ja, gut. War ja auch der Mythos, dass du damit deine Haut aufpetzt, wenn du dagegen kommst. Die Wand ist nicht kaputt war, ne? Welche Wand ist nicht kaputt war? Ach so, ja. Ach so, ja. Taktical Reinforcement. Wer hockt hier schon wieder bei mir? Geil. Ey, der ist zu dritt. Bringt nicht. Ich leg mich jetzt hier einfach in die Couch-Ecke. Kann man eigentlich durch das Ding durchschießen, Dalu? Durch was? Ja, kann man. Was soll das denn? Ich hab überhaupt mal da durchschießen können. Ja, aber warum schießt du denn nicht lieber auf ne Wand oder so als auf mich? Weil ich das nicht sehe. Auf dem Dach ist einer. Achtung, äh, Twitch-Straune kommt. Das heißt, ich bin ja überhaupt nicht gedeckt. Da ist Fenster. Der enge Nest. Lass mir doch den Raum. Was sollen die großartig machen? Die müssen hier Granaten oder Brandpfeile werfen. Twitch kommt. Na, ich warte hier nur. Bis das da hinten abgeht. Twitch-Drohne. Ist ein Raum drin. Erli von wo? Rechts am Fenster. Sagste, wenn du rausguckst, der könnte dich so sehen, ne? Kommt rein gerade. Da, da. Du siehst deine Waffe. Mittig vom Fenster. Ach nee, das ist das Fenster. Aber da war er. Ich bin tot. Dass wir die Range so krass geändert haben, ist einfach lächerlich. Wie weit ich weg bin von dem Ding, ist einfach zu krass. Haben sie richtig vercasualisiert mit dem Fuse, mit dem Range. Das ist so ne richtige schöne Klasse. Wenn du nicht elven kannst, nimmst du einfach Fuse. Ja. Du hast ja auch ne geile Waffe mit Fuse. Fuse spielt ja die AK. Der ist halt auch so echt gut. Auch ohne die Waffe kriegst du ja fast immer einen Freakill damit. Oder down, wenigstens. Was machen wir denn jetzt? Na ja, so ist es spannend. Ja, mal schauen. Jetzt hab ich ja noch keinen Stand gedöhnts mehr. Besten! Wer fing damit vorhin an? Was? Wer fing damit vorhin an? Äh, du! Nein. Das Schiffgesinn hat vor uns gelegt. BAU! BAU! Geh weg doch! Wer ist denn das? Early, schleich die da! Schleich! Schleich! Weil ich... Egal! Es gibt keinen Sinn! Lass mich raus, Alex! Lass mich raus! Doch! Mal schnell, ich mach zu! Haben wir nen Dockt? Ich bin halb tot! Ah, shit! Ja, Fensters auf und ich kann meine Waffe nicht wechseln. Jetzt! Ich konnte nicht fertig machen, leider. Wofür kriegt man einzelne Punkte? Weil TauTown neun Punkte hat. Äh, Reinforcen? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Sagst du, siehst du, ob bei mir alles verstärkt ist hinter mir? Äh, hinter dir, die Wand ist verstärkt, ja. Also komplett die Dreier? Die Dreier ist komplett verstärkt, ja. Okay. Ich kann mich hier nicht bewegen, sonst sehen die mich. Ich hab die Twitch-Traube. Ich hab die Twitch-Traube. Alter! Große Fenster, Vorsicht! Immer noch drinnen im Raum. Einer ist links neben mir, sagst du, glaub ich, im Gang. Hm. Warte, hinterm Fenster. Sideshow. Hm. Ist getroffen. Ich hab' mich zieht doch nicht zu mir. Hopper springt gleich einer rein. Hopp. Ohne Twitch-Drohne drin, Twitch-Drohne down. Das war die zweite. Good. Hier wurde er aufgesprengt. Ab ein. Da wurde er aufgesprengt. Hallo, oben auf den Gang! Ab ein. Nee, das war die Haupttüre da. Ah, okay. Ah, scheiße! Hier am Raum, am Fenster. Draußen Jackal und Capitao draußen am Gang. Ist drinnen. Ist drinnen. Ist drinnen. Keine Ahnung. Ja, ist drinnen. Hab einen down early. Du kannst rauskommen, ich aufheben eben. Zack, same. Oder kill ihn erst. Er müsste da... Nee, nee, heb lieber erst auf. Dein teammate muss kommen. Langer Gang. Ganz hinten liegt der. Links, rechts. Nee, gerade außen. Ist er weggekrochen. Das war der. Au! Da am Fenster. Ja, ja. Da, da am Fenster. Genau, ja, da am Fenster. Rechts weg. Rechts weg. An der Tür. Hab ich, hab ich keine Ruhe. Wieder am Fenster. Links auf Fenster. Nice. Schön. Ich wollte den Leuten eigentlich nur beweisen, dass du selbst mit 50 HP es schaffst. Alles gut. Nee, prinzipiell. Ich hatte gedacht, da war ne Drohne. Ach, da waren nicht mal Alte. Nee, das war ne Dose. Ich miss. Na gut. Das war's schon wieder mit Rainbow Six Siege. Hoffentlich hat's euch gefallen. Und guckt mal bei den anderen vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo. Tschüss. 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 Tschüss.